So, ich bin hier bei Maibo, hier, Jacopi AP6, sind Fahrräder aus Bambus. Projektarbeit ist eine Kooperation mit Ghana, sind individuelle Bikes hier, beziehungsweise hier aus nachhaltigem Produkt, also dieser Fahrradraum ist aus Bambus, nachhaltiges Produkt. Ansonsten sind Komponenten verbaut, die man kennt, wie zum Beispiel Rock, Schockgabel, Shimano Sachen, Shimano Motor, Schaltung, die hier verwendet wurde. Eine ganz interessante Sache, das Projekt, was hier gemacht wird. So, es gibt hier verschiedene Bikes, zum Beispiel hier City Bike und Trekking Bike. Wie gesagt, nachhaltiges Material, Bambus, ist hier individuell so angepasst, hier zum Beispiel mit einem tieferen Einstieg. Akku ist dann dementsprechend hinten angepasst. schon hier beim Trekkingrad. schon hier beim nächsten Mal. Ja, ich bin hier beim nächsten Mal.